Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nergorix Community Turniers. Heute wieder mit einer Erstrunden-Partie. Nachdem wir beim letzten Mal gesehen haben, wie Mr. Nice Knoppers besiegt hat und damit unsere erste wirkliche Partie in Runde 2 quasi verkompliziert hat, werden wir uns heute wieder einem Match aus Runde 1 zuwidmen. Und das ist hier Partie Nr. 9, Seed 7 gegen Seed 26, Zuland gegen Kefko. Mal schauen, wer da als Sieger hervorgehen wird. Und diesmal eine Partie, wo alles richtig gemacht wurde. Also auch da schon mal ein großes Lob an beide Beteiligten. Muss man leider schon so aussprechen. Auch wenn sie sich einfach nur an die Regeln gehalten haben, muss man das schon positiv hervorheben bei dem ganzen Quatsch, der leider sonst in Runde 1 manchmal passiert ist. Naja, wir wollen uns darüber aber nicht weiter auslassen. Und schauen uns jetzt einfach mal die Partie an. Das Ganze wieder eine aufgezeichnete Partie. Das heißt, es war nicht live auf dem Stream zu sehen. Dafür jetzt auf YouTube. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Niagorix Community Turniers. Heute hier in einem PvP. Wir sind immer noch in Runde 1 auf der korrekten Map mit dem schönen WCS-Elon. Schon mal damit 1000 Jubilpunkte an Zuland und Kefko. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es geschafft. Wir haben hier oben links in Lila, würde ich mal sagen, gespawnt. Den Protoss Zuland. Und sein Kontrahent unten rechts auch in Protoss gespawnt. Kefko. Ich bin übrigens auch dabei und habe gerade als Niagorix das anmoderiert hat, komplett zündlos in die Kamera gewingen. Sehr gut. Zumal ich selbst nicht mit Kamera aufnehme. Ja. Merkst du, wenn du fehlst? Tja, wir sehen auf jeden Fall hier eine Probe auf den Weg nach vorne von Zuland. Also ein Scout vermute ich. Wir sehen bei beiden aktuell das gleiche. Opening, Gateway und Gas. Ja, das macht man auch so. Doppelgas allerdings jetzt bei Zuland. Jetzt weicht er ab. Das stimmt. Man muss sagen, das ist hier ein deutlicher Unterschied. Zuland ist Diamantspieler und Kefko Bronze. Und klaut hier auch direkt das zweite Gas für Kefko. Das ist natürlich ein Vorteil jetzt für ihn. Zumindest ein Gasvorteil. Das stimmt. Also zumindest gleich, sobald er selbst sein Gas nutzt. Scheint jetzt hier erstmal mit der Probe an die Natural zu fahren. Vielleicht möchte er da gleich den Nexus blocken. Jetzt noch ein bisschen gespannt. Das zweite Skate wäre jetzt hier von Zuland am Start. Sollte allerdings darauf achten, dass er einen Cybercore baut. Den hätte er nämlich eigentlich bauen sollen an dieser Stelle. Der kommt jetzt dazu. Kefko baut jetzt nämlich gar nichts. Doch, jetzt davon. Was macht der denn da? Ja, der klaut hier auch mal ein Gas. Wenn der mir Gas klaut, dann klaue ich den Gas zurück. Ja, aber das Gas ist ja noch gar nicht relevant hier unten. Ich klaue ein Gas zurück. Achso, okay. Ja, das ist völlig sinnlos, was er hier macht. Das müssen wir mal ehrlich sein. Das macht er, glaube ich, nur fürs Ansehen nachher. Jetzt greift er selbst das Gas von Zuland an hier mit zwei Sonden. Das kann ja noch ein paar Jahre dauern. Zwei Brüse. Wir sehen einen Zellet im Bau bei Kefko. Der hat jetzt auch den Cyberneticscore dazu genommen. Der Cyberneticscore bei Zuland schon durch quasi. Damit sehen wir schon mal einen großen, großen Unterschied bei beiden Spielern. Und ja, schauen, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt, ob sich dieser Foto nochmal weiter ausspielt. Jetzt Kefko jetzt übrigens mit sehr, sehr vielen Mineralien am Start. Könnte expandieren, aber da hat die Probe von Zuland noch ein bisschen was gegen. Mal schauen, ob sich das trotzdem gleich dahin entwickeln wird. Neues Gateway jetzt bei Kefko am Start. Zuland jetzt auch durch. Das heißt, er könnte jetzt vielleicht auch Stalker oder sowas bauen. Wir sehen ein Raumportal hier bei Zuland. In der Meinung eines Leid ist der Zellet hier völlig sinnlos. Leider war ein großer Supply-Block bei Kefko und das ist überhaupt nicht gut. Weil wenn wir gleich sehen, dass der Stargate gleich fertig ist und dann Oracle kommt und parallel zwei Adepten sich schon auf den Weg nach vorne machen. Wie soll das denn gleich abfällt, wenn er keine einzige Einheit bauen kann, weil die ganze Zeit Supply-Blocked ist? Oh, dann ist es kaputt gegangen. Er baut jetzt einen Adepten, zweites Gateway gleich auch fertig. Das heißt, da kann er endlich dann gleich zwei Einheiten gleichzeitig bauen. Aber die zwei Einheiten von Zuland, die stehen vor der Tür. Theoretisch bei Kefko Long-Base-Mining am Gas hier verfügbar. Ja, dauert aber ein paar Jahre. Zuland jetzt mit den beiden Adepten in der Natural, nimmt jetzt selber den Nexus, sieht jetzt immer noch nicht das Gas. Jetzt hat er den Gas blockiert. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, aber er sieht es noch nicht. Schade, das hätte ich gerne gesehen, was seine Reaktion darauf ist. Er sieht es noch. Oracle übrigens jetzt gleich fertig. Wir haben immer noch keine Anti-Air bei Kefko. Jetzt kommt direkt eine Twilight-Count. Das ist übrigens ein Bild, den ich Zyrok empfohlen hätte. Für die Twilight-Count zu nehmen. Aber keine Robo? Ja, das wäre auch eigentlich noch schon zu spät. Aber egal. Warpgate jetzt gleich fertig bei Zuland. Bei Kefko braucht das Ganze noch ein bisschen länger. Das Oracle fliegt und wir haben keine Anti-Air. Das kann gleich böse enden. Wir sehen auch keinen Stalker im Bau. Wir haben keinen Mothership-Core. Warpgate braucht noch 14 Sekunden. Also dieses Oracle, das wird gleich Schaden machen. Parallel schaden die Adepten nach vorne. Base-Trade? Ja, der hat schon hier... Ne, nicht nach vorne. Das ist ja nicht mein Base-Trade. Ja, und jetzt fallen die Worker. Sieben Kills, acht Kills. Das sieht gar nicht gut aus für Kefko, der immer noch keine Anti-Air hat. Jetzt kann er die Gateways ausklappen. Hat auch genug Ressourcen, um gleich zwei Stalker zu warpen, wenigstens. Wir werden dessen halt aber keinen Blocker mehr. Ja, da hast du recht. Das wird schwierig. GG. Und damit haben wir nach 4 Minuten 30 schon den Sieg für Zuland. Sehr gut. Gut gespielt. Naja. War mehr oder weniger... Sauber runtergespielt. Der Anfang vom Ende war das Gas da unten. Das war der Fehler, der entscheidende. Das Gas oben bei Zuland. Dieser böse, böse Glasblock von Kefko. Da wird sich Zuland echt geärgert haben. Naja. Das habe ich mitgekriegt, glaube ich. Zuland zieht damit einen in die nächste Runde. Kefko ist raus. Schade, aber... Naja, mit Diamant zu brauchst du, war das zu erwarten. Aber mal schauen, wie das in der nächsten Runde für Zuland wird. Zuland zieht also nun ein in Runde 2, in dem er hier Kefko besiegt hat. Das tragen wir natürlich auch direkt hier in den Turnierbaum ein. Jetzt haben wir zumindest einen Spieler hier in Runde 2 jeweils vertreten. Für jede Partie. Wir werden natürlich noch die Gegner ausfüllen in den nächsten Partien. Wir haben ja noch... Wie viele Partien haben wir noch vor uns? Fünf? Sechs Partien haben wir noch vor uns hier in Runde 1. Sechs Folgen. Also wo wir hier noch die Erstrunden vor uns sehen werden. Das war es auch wieder für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und es steht beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten rechts war ein anderes Projekt vor mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.